Hallo, ich würde gern meinen Sohn anmelden, bitte. Na wunderbar, wie heißt er denn? Eric Cartman. Cartman! Schön, Alter. Er ist neun. Gut, in Ordnung. Und was fehlt dem Süßen? Er ist geistig behindert. Nein, ich muss die genaue Diagnose wissen. Down-Syndrom, cerebrale Lähmung. Ach, ich weiß nicht recht. Spätzchen, sag mal, was fehlt dir gleich wieder? Woher soll ich das wissen? Ich bin behindert. Das können wir auch später eintragen.